Ah, da oben kommen wieder welche. Hier kommen überall welche. Also erstmal Wasser. Äh, ich will doch eigentlich so machen. Und jetzt das. Wo da oben ist Bewegung. Gehen wir mal rüber. Und hier für die Kleinen reicht auch der Umrum-Zauber. Wieso war denn jetzt da eben schon ein Stein? War der Gegner da so schwierig oder was? War ein Elch. Ich habe lange keinen Elch mehr gesehen. Komm schon. In die Wand geklatscht und gestorben. Sehr gut. Untersuchen. Das ist mal ein toter Elch. Ja. Das hatten wir da glaube ich schon mal stehen. Also so viele Variationen gibt es da auch nicht. Hm. Also weiter. Kennt das noch jemand? Das also weiter. Wenn ja. Äh, ich sage jetzt trotzdem wo es herkommt. Und zwar aus Warcraft 3. Richtig. Also wer es gewusst hat, der hatte dann wohl recht. Ich hatte auch recht. Nein, das will ich nicht auf mich casten. Und ich muss hier ganz schnell weiter. Wer hat das gesagt? Also weiter. Wenn ich mich nicht irre, hat Thrall das gesagt. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Na komm. Ich will euch wegmachen. Und dich will ich gefrieren. Dich will ich so wegmachen. Hier mit einem Rundum zaubern. Ich, ich, ich bin auch gleich weggemacht. Verdammt. Dass die sich einfach so wieder dematerialisieren. Stört mich ein bisschen. Ja. Hier Wasser. Pascht euch mal. Ich muss mich heilen. Bin ich nass? Ach, ich bin nass. Deswegen hat das immer nicht funktioniert gerade. So. Lage wieder vollkommen unter Kontrolle. Zumindest fast. Geht einfach wieder drauf. So richtig. Komm. Zwei. Hier. Und tot. Ähm. Tata. Geht's hier weiter? Nein. Ach, da ist wieder einer von denen. Die können doch nichts. Ja, okay. Schaden machen wir schon ganz schön. Aber sonst können die doch nichts. Erstmal den weg. Und jetzt ihn. Tapp, tatapp. Ja, dank dem neuen Zauberstab können wir den jetzt halt einfach ja, so lange im Eis halten. Bis er überhaupt kein Problem mehr darstellt. Ups. Falscher Knopf. War hier noch irgendwas? Oh, mein Schwert. Nehmen. Türfing. Laut Mythos ein Schwert, das nie sein Ziel verfehlt. Schadens-Tub-Körper-Extras trifft immer. Auch von weiter weg? Aha. Bin ich mal gespannt. Probiere ich auf jeden Fall mal aus. Oder ich möchte es gerne ausprobieren, wenn ich dran denke. Das klappt ja nicht immer. Hält es auf jeden Fall sehr interessant. Fupp. 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 Okay. Ähm. So. Jetzt können wir hier weiter. Ich glaube, wir müssen da schnell vorbei. Genau. Sonst hätten wir uns nämlich da wieder runtergedreht. Aha. Wir kommen hier von einem Levelabschnitt in den nächsten. So. Also weiter. Ja. Ich weiß auch nicht, aber das sage ich irgendwie gerne. Es passt auch einfach immer. Wenn man immer irgendwie weiter muss. Ah. Endlich seid ihr gekommen. Gleich da vorne haben wir einst Grimnir festgezurrt. Aber keine Zeit für müßige Nostalgie. Nicht mehr lange und die Dämonen werden sich materialisieren. Ich werde jeden aufhalten, der versucht euch aufzuhalten. Ihr müsst Grimnir stellen. Und diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Und nun auf ein neues. Los. Okay. Blender. Mit euch war ich doch schon fertig. Bitte? Oh, mal hier gucken. Grimnir. Da hängt er. So, so. Da kommt also endlich der Orden. Ich bin beeindruckt. Hähnlose Drohnen. Wisst ihr überhaupt? Ich bin hier, weil ich es wagte, über die Schlossmauern hinaus zu sehen und weiter als das Reich der Sterblichen zu reisen, um längst vergessenes Wissen zu finden. Das machte die lächerlichen Gestalten, die sich meinesgleichen... Mensch! Und so banden sie sich mich hier. Für eine gefühlte Ewigkeit. Letztendlich habe ich den Vater des Hasses beschritten. Den des Hasses auf diesen erbärmlichen Ort. Wenn ich ihn losgeworden bin, werde ich... Aber der Reihe nach. Ihr könnt euch als Opfer glücklich schätzen, an einem reinen Geistesduell besiegt zu werden. Das stört mich echt so ein bisschen, dass das da nicht lang genug ist, um es vorzulesen. Also, ja, vielleicht lese ich auch einfach zu langsam. Aber das finde ich ein bisschen schade. Hier einfach runter mit euch. Hm, kommt da noch mehr? Wir werden weitergebeamt. Okay. Bäume! Kann man euch einfach auch runter... Ey, das ist die beste Einfall, den ich jemals gehabt habe. Pass das Schild an. Und aua! Hier, ich will dich da runterkicken. Hinter deinem blöden Schutzschild. Ich will... Oh Gott, jetzt kicken die mich da runter. Äh, ich hab gesagt, ich wollte dich da runterkicken. Ähm... So... Nein. Aber jetzt hab ich mich eingesperrt. Der hat mich eingesperrt. Komm, stirb einfach. Äh, okay, machen wir anders. Hier, Feuerschild an. Feuerschild an, hab ich gesagt. Ich lass mal die Bäume weg. Äh... Och, nein! Das hatte ich doch die ganze Zeit vor, du... Verdammter Bastard. So. Jetzt sind wir hier. Äh, ich bin immer noch nass. Das heißt, ich mach mal das Wasser... Ah! Ja, ich wollte gerade das Wasserschild anmachen. Da haben sie mich geblitzt. Scheiße. Machen wir nochmal. Machen wir alles nochmal. Verdammt. Diesmal mit Konzentration. Nein. Fängt schon gut an. Hier, ihr sollt einfach... runterfallen von der Insel. Und dann kann ich auch den letzten meinetwegen so wegmachen. Äh, aber erstmal will ich hier so einen Stab. Dich nehme ich mal. Oder... Türfing will ich behalten. Achso, ich hab hier meine... Ja, das ist doch perfekt. Das wollte ich doch eigentlich haben. Und jetzt mal mit Türfing ausprobieren. Ah, der teleportiert mich dann dahin. Dann kann ich vielleicht damit ja auch, äh... Ja, dann könnte ich damit sogar auch verschwinden. Wenn es denn nötig ist. Hier, mal dahin. Oder mal dahin. Perfekt. Teleport für Arme. Äh, aber jetzt erstmal das hier. Äh, ja, geil. Hab ich mich wieder fast selbst gekillt hier. Und... Dich... Ah, durch das Scheiß... Nein, nicht, nicht mich dauernd... Ah, ey, was... Hier. Hast du mich... Ne, jetzt hätten sie mich doch fast wieder runtergeschmissen. Hier, jetzt stirb rein. Nicht, nein. Das muss doch echt nicht sein. Besiegt. Ja, weiß ich. Machen wir nochmal. Komm. Jetzt aber mit Konzentration. Ich will hier nicht... Noch ein 60. Mal sitzen. Geht gut los. Geht richtig gut los. Was ist denn jetzt... Was ist denn mit euch Scheißviechern hier? Ich will Türfing wieder haben und den... Okay, wenn ich die Steinrüstung anhabe... Vielleicht kann man mich da nicht so leicht... Durch die Gegend schmeißen. Ähm, das geht anscheinend immer noch. Hier. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Sonst bin ich... Genau das. Das gefällt mir gar nicht. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, das Problem ist einfach, dass da... Jetzt bin ich gerade ans Mikro gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Und dass da einfach... Zu wenig Platz ist für uns alle. So. Das war doch jetzt mal... War jetzt mal... Eine ordentliche erste Runde. So kann das weitergehen. Hier, Wasserschild an. Und dann wirst du da erstmal runtergekickt. Los, Fall runter. Runterfallen sollst du. Dahin, dahin, dahin. Oder gleich zu dem am besten. So. Weg, weg, komm. Jetzt stecke ich da wieder fest. Nicht... Mh! Ey, das ist mir gerade ein bisschen zu anstrengend. Bitte. Ich konnte überhaupt nichts machen. Alter. Okay. Ganz ruhig. Das ist der erste Boss, mit dem wir jetzt ein bisschen Probleme haben. Einfach, weil er nicht nach der üblichen Magiker-Geschichte funktioniert. Man kann ihn nämlich nicht... Okay, ich kann mich selbst einfrieren. Super. Äh, man kann ihn nämlich nicht einfach stunnen und dann ist er weg. So. Wasserschild ran. Ich will jetzt echt ganz schnell hier den ersten... ...den ersten Druiden wegbekommen. Los, komm da hin, damit du nicht... Okay, der stand im Weg. Das heißt, ich komme dann da immer nicht weiter, wenn er in einem Weg steht. Könnte die Jungs auch erstmal... ...versuchen, so wegzumachen. Vielleicht ist das der Trick dabei. Ja. Das ging doch schon mal... Ach, da steht wieder ein Baum. Das zählt aber wohl nicht mehr. Okay. Äh, kann ich das mit euch auch machen? Nachdem ihr mich fast gekillt habt, auf einen Schnapp. Hier. Eis für euch. Wasser. Wasser. Kommt schon. Perfekt. Oh, oh. Nicht so ein Heilkreis. Vielleicht eher sowas. Brenne ich noch? Nein. So. Äh, ich bin gleich schon wieder tot. Irgendwie... Irgendwas übersehe ich doch hier. Komm. So. Okay. Äh, Konzentration. Wir haben immer noch die Fee. Es sieht da so gar nicht mal so schlecht aus für uns. Hm. Oh Gott, was seid ihr denn? Zombies? Auch runtergekickt einfach. Perfekt. Oder habe ich jetzt einen Zombie mitgenommen, weil der mich... Ach du Scheiße. Der hat mich mal ganz easy gerade da durch die Gegend mal trittiert. Und da will ich mich gerade wieder selbst killen. Oh, komm, konzentration. Nein! 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 Wir waren so weit. Wir waren so weit. Okay. Gar kein Problem. Schaffen wir alles normal. Äh, der Trick ist halt echt einfach... ...zu schubsen. Nicht selbst geschubst werden, aber andere schubsen. So. Reicht mir jetzt. Stirb. Weitermachen. Wasserschild an. Und... Ja, geil. Jetzt schubst der mich wieder. In die Mitte. Heilen. Nein, Mann! Das... Ja, geil. In... Da konnte ich gerade... Das finde ich echt kacke. Weil ich weiß nicht, was ich da machen soll. Die haben mich da ein bisschen eingespärscht. Und wenn die beiden Bäume mich hauen, bin ich halt einfach raus. Aber... Rumweinen bringt ja mal auch überhaupt nichts. Also muss ich mal einfach gucken, wie ich damit zurechtkomme. So. Das ging doch jetzt schon wieder. Ich darf einfach nicht so weit am Hand stehen, fürchte ich. So. Machen wir mal... Heil dich mal. Zuallererst... Oh, was machen wir jetzt denn? Ich schieße mich hier schon wieder voll durch die Gegend. Bitte. Eigentlich habe ich ja gar nichts gegen euch. Aber ihr seid mir echt ein bisschen zu gemein. Jetzt klopfen mich die Bäume wieder durch die Gegend. Genau. Wo ist noch zwei Bäume? Oh ja. Das macht Spaß. Wo ist Feuerherdbeben. Ich bin ein Vulkan. Seht ihr das nicht? So. Wasserschild an. Und Blitze in euch rein. Wenn die Bäume nicht an mich rankommen, funktioniert es, weil die mich da nicht runterschmeißen. Aber sonst ist es echt fies zwischendurch. Ja, die können ja sowieso gar nichts. Das war dumm, was ich gerade gemacht habe. Das war noch dümmer. Das will ich. So. Kommt. Vielleicht wollt ihr fliegen. Äh, so. Dann hätten wir das auch. Und machen uns wieder auf den Weg dorthin. Das ist ja mal grob lächerlich gewesen. Und jetzt eher wieder. Hm. Ist das eigentlich ein Wasserschild? Nein. Dann können wir dich doch auch. Achso. Das ist ein Blitzschild. Das heißt, das macht überhaupt keinen Schaden. Hm. Und nur mit Eis? Nur mit Eis geht. Gut, gut. Das ist jetzt zwar nicht so schön, geht nicht so schnell, aber... Immerhin haben wir damit dann auch den Boss besiegt. Hat ja auch lange genug gedauert. Ihr seid stärker, als ich angenommen habe. Offenbar wird der Kampf doch nicht durch Geistesstärke entschieden, sondern durch Zauberkraft. Grimr. Der dunkle Lord. Kontrollpunkt. Ja. Das ist doch mal sinnvoll. Äh. Kann ich dich... Ja, kann ich schon, aber... Oh, oh. Oh, oh, oh. Achso. Das geht jetzt nicht. Wasserschild... Ach du Scheiße. Wasserschild an... Aber das bringt mich auf eine Idee. Ich meine, ich könnte ihn ja auch mal... Äh, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ach Mist, ich wollte ihn... Kufasa. Kufasa war das. Genau. Ich wollte ihm auch mal seinen Torshammer da ins Gesicht zimmern, wenn er hier schon das regnen lässt. Das machen wir nochmal. So, nass machen und jetzt Kuf... Das war falsch. Kufasa. Donnerkapp. Kufasa. Kufasa. Oh, oh, oh. Ich nicht, 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 nicht. Wasserschild an. Heil. Heilin. Mist. Mh. Einfach ein Schild und... Kufasa. Kufasa. Ach, geht nicht, weil ich nass bin. Schild. Ah. Kufasa. Kufasa. Was ist das? Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Ich muss sie nutzen, diese Maquis. Ich hab doch fast gewonnen gerade. Portos. Ja. Level geschafft. Mann, ich hab doch fast gewonnen. Was soll denn das? Was ist das für ne komische Figur dahinter ihm? Was ist das für ne komische Figur dahinter ihm? Was ist das für ne komische Figur dahinter ihm? Ja. Kann's aconteceu. Ja.